Zurück im mobilen Studio und wir sind eben mobil, das heisst, wir sind wieder neu und anders im Gemeinderatssaal hier im Erlacherhof. Im Rahmen der Digitaltags ist das der Wartesaal, wo man sich einfinden und bereit machen kann. Und da habe ich meinen nächsten Gast gefunden, nämlich niemand geringer als der zweithöchste Berner, Manuel C. Wittmer, Vizepräsident des Stadtrats. Manu, herzlich willkommen. Ja, merci für die Einladung. Wie fühlt man sich so als zweithöchsten Berner? Ja, hoffentlich und wie jeden anderen Berner auch. Einfach mit etwas mehr Verantwortung natürlich. Ja, als zweithöchsten Berner ist es nur die Verantwortung zu schauen, ob die Vorstösse, die mit dem Stadtrats entsprechen, wo sie müssen. Die Verantwortung hast du eigentlich noch keine, das kommt dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr als höchsten Berner, also jetzt bist du sozusagen eher leer. Jetzt lehre ich vom Kult, dass man glöckle, wenn es ein bisschen sein soll, und nächstes Jahr darf ich dann glöcklen. Wir reden ja eigentlich über Digitalisierung heute im Stadtrats. Wie habt ihr euch dort entwickelt? Das ist immer noch so wie ein normales, analoges Glöckli. Ja, wir sind sehr analog aufgestellt, muss man sagen. Und das Glöckli ist analog. Leider auch die meisten Unterlagen, wo wir damit arbeiten, sind nach wie vor analog. Also dort haben wir noch grosses Potenzial gegenüber. Jetzt ist ja die Pandemie aber auch für euch eine grosse Einschränkung gewesen. Man durfte sich nicht in geschlossenen Räumen treffen. Ihr habt ganz viele von euren Sessionen digital gehabt. Hast du nicht das Gefühl, dass das doch einen grossen Schub in Sachen Digitalisierung ausgelöst hat? Leider nicht, nein. Dass man eine Sitzung via Zoom macht, ist noch nicht ein Digitalisierungsschub. Sondern es ist einfach eine andere Form von sich zu treffen und zu schnurren. Aber digitaler macht das die Sache nicht. Ausser, dass man es vielleicht noch per Bild aufzeichnet und nachschauen könnte, inklusive Bild, was passiert ist und inklusive Ton. Aber Ton nehmen wir ja auch schon auf und stellen es zur Verfügung. Also von daher habe ich leider nicht das Gefühl, dass wir einen Schub gemacht haben. Weil das, was man als Digitalisierung von Politik bezeichnen könnte, nämlich dass die ganzen Unterlagen elektronisch zur Verfügung stehen in einer Form, in der man damit arbeiten kann, das ist leider noch die Zukunftsmusik. Wieso denn nicht? Also wieso ist das nicht passiert? Weil man hat ja doch das Gefühl gehabt, wenn man euch verfolgt hat aus diesen Sessionen heraus, die Affinität, auch bei vielen, ist gestiegen. Der digital Weg auch von vielen von euch. Der digital Diskurs mit euren Wählerinnen und euren Wählern findet statt. Also von aussen teilt es eben schon, dass die Affinität entwickelt. Ja, es ist erstens eine Frage von Zeit. Also man braucht einfach für das wahnsinnig viel Zeit, für ein System aufzuschalten, das erstens allen Bedürfnissen gerecht wird, vom Stadtrat, der nach wie vor mit einem Bleistift und Papier will oder auch nur arbeiten kann, weil er digital noch nicht so affin ist und erst auf dem Weg ist, bis zum Stadtrat, der alles elektronisch machen will. Also das braucht ein System, das den ganzen Fächer abdeckt. Das ist das eine und das andere ist halt, dass wir ein System haben, das sich nicht einfach umschalten lässt. Und das dritte, das ist das, was alle damit kämpfen, sind Kosten. Man muss das auch zahlen. Man muss eine Firma haben, die einem das gebaut und zusammensetzt und unterhaltet und das kostet. Und wir haben ein Sparpaket von 35 Millionen beschlossen. Da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Weil sonst heisst es zum Schluss wieder, ja Politiker nehmen allen das Geld weg, aber für sich nehmen sie es hin und darum braucht es so etwas mehr Zeit. Aber eigentlich ist es ja so, die Digitalisierung an sich, klar ist es ein Invest, da sind wir uns einigen, es geht um Geld, aber nachhaltig würde es ja Geld sparen, wenn er es richtig macht, nicht? Ja definitiv. Schon nur, wenn man schaut, was man an Papier, Output oder an Kopie und Druckkosten sparen könnte, gehen wir heute ins Ratssekretariat, hat das mal ungefähr nachgerechnet von einer Viertel Million aus pro Jahr, wo man sparen könnte, wenn alle voll digital arbeiten würden. Also schon Argumente, die kommen für diesen Schritt zu machen? Ja, aber eben, das Problem haben wir ja nicht nur bei Digitalisierung, sondern wir haben es überall. Man zögert in den Zeiten, wo das Geld nicht so locker sitzt mit Investitionen, weil man um jeden Franken Angst hat und schaut halt häufig zu wenig in die Zukunft, was man dann später damit gewinnt. Das ist leider in dem Fall nicht anders als bei anderen Investitionsprojekten, wo wir am Stoppen oder am Verlangsamen sind. Es ist ja so, dass viele Digitalisierungsschübe, sage ich mal, kommen ja auch aus der Zivilgesellschaft oder so aus Start-ups heraus und sie sind recht niederschwellig oder kannst du ein Kindes App abladen und dann kannst du mit dem relativ viele Prozesse digitalisieren. Ist das etwas, was ihr auch merkt? Oder ist es bei euch dermaßen reguliert, dass es gar nicht möglich ist, dass jetzt der MCW als DJ, der digital affin ist, sagen kann, hey, ich als Vizepressi habe etwas gefunden, App, wollen wir diese mal brauchen? Ich glaube, derzeit der Prozess auch zu strikt. Ja, nein, aber die Anforderungen an ein Milizparlament sind einfach wahnsinnig hoch. Also man könnte sich ja zum Beispiel überlegen, ob man per App abstimmen, die Daten sammeln, gleich öffentlich zur Verfügung stellen, wer hat wie gestimmt usw. Aber dort muss man die Sicherheit haben, zum Beispiel, dass jeder nur einmal stimmen kann, dass jede Stimme gezählt wird. Dass mit dieser App auch der Stimme gestimmt hat, die die Stimme berechtigt ist und niemand anders. Und das zeigt schon, wie wahnsinnig kompliziert oder wie wahnsinnig hoch die Anforderungen werden an so einer App. Und da kann ich, das gibt es, es gäbe es schon zu tausend, aber von denen können wir keine brauchen. Wir hatten das gleiche Problem mit Zoom und Teams während der Pandemie. Die bieten beide nicht die Sicherheit, um Abstimmungen durchzuführen, mit Händchen, Händen, Händen, Drücken usw., weil die Ermittlungen von Personen oder so schwierig ist. Und auch die Firmen, die das anbieten, haben gesagt, sie sind zurückhaltend damit, wenn das die Anforderungen ist, die sie erstellt. Dort muss man forschen, dort muss man wahrscheinlich zusammen mit anderen Parlamente Lösungen finden, die eben verheben. Das ist der Grund, warum wir nicht mit einfachen Apps arbeiten können, ob es wahrscheinlich schon Sachen gibt, die man brauchen kann. Das heisst, das muss schon eine harmonisierte Geschichte sein, also dort von Stadtparlamente, Kantonsparlamente, nationalen Parlamente sogar. Für uns sowieso, denn wir sind Mieter beim Kanton im Rathaus, wir müssen mal mit dieser Technik, die der Kanton aus grundsätzlich anbietet, zurecht kommen. Und die bieten zum Beispiel schon gar nicht die Möglichkeit, dass wir auswerten, wer wie gestimmt hat. Wir kommen von unseren Abstimmungen ein PDF ausgedrückt über. Und dann können wir das PDF auf dem Ratssekretariat einscannen. Und so können wir nachher an die Daten herkommen. Das ist der Stand, wo wir bei Digitalisierung im Moment unter anderem sind. Du bist ja Lehrer, du kennst das Wort Cringe. Ja, es hat durchaus etwas von Cringe. Ähm, ja, es ist halt, vielen Leuten ist es auch noch etwas sus, für hier die anderen Worte zu brauchen, wo auf Platz 2 war, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Und, äh, das spielt nachher auch noch rein, oder? Also, wenn du mal etwas hast, dann musst du nachher 80 Stadträteinnen und Stadträte überzeugen davon, dass wir damit einen Gewinn haben. Und, ähm, ja, es ist so in der Politik, du hast von den 80 sicher 5, die grundsätzlich Nein sagen, egal ob es ein Gewinn ist oder nicht. Und die musst du aber trotzdem mitnehmen, weil sie haben auch das Recht abzustimmen, sie haben das Recht zu wählen, sie haben das Recht zu wählen, sie haben das Recht, Vorschläge einzugeben. Und das muss immer auch noch funktionieren, dass Selbstwerte verweiger ist. Also, ich sehe, wahnsinnig schwierig, die Digitalisierung, sage ich mal, in das Stadtparlament einzubringen, sodass du, wo digital affin ist, dort zufrieden kannst du sein, oder dahinter stehen kannst. Ja, also wir machen jetzt erste Schritte, wir sind jetzt dran, ein mobiles Büro aufzuschalten. Wir haben Versuche gemacht, in den Kommissionen, das hat recht gut funktioniert, wo eben all die Sachen digital aufgeschaltet sind, wo du deine Dokumente abladen kannst, dann quasi mit Vorhang hineinkribbeln, was du dir willst, oder digital hineinschreiben, wo du es anderen zur Verfügung stellen kannst, wo du zusammenarbeiten kannst. Das ist in einer Probung, und er geht jetzt den Auftrag heraus, dass wir das für den ganzen Stadtrat anbieten. Aber wie gesagt, das wird uns auch nochmal 3-4 Jahre kosten, vielleicht sogar bis nächste Legislatur, bis dann alle damit arbeiten, bis alle können damit arbeiten, bis wir alle mitnehmen können. Und ja, wenn der 89-jährige Stadtrat, der für die Trentner Partei gewählt wird, nicht damit arbeiten will, den kann er niemanden am Schluss zwingen, dann haben wir halt den gleichen, den wir ihm noch in die Gruppe schicken, den wir schriftlich entgegennehmen und abdöcken und so weiter. Die Stadt Bern ist ja heute, in der Zeitung, hast du sicher gelesen, gewählt worden, bzw. in ihrer Studie herausgekommen, als die digitalste Gemeinde der Schweiz, was auch mal den Web-Auftritt betrifft. Eigentlich eine tolle Nuss, die dir auch im Stadtrat stolz darauf sein können. Gibt es Schub vielleicht? Ja, ich hoffe. Wahrscheinlich hat man das bei uns von den Kids nicht mitbetrachtet, wo man das hat, wo man die Stadt gewählt hat. Das ist der Lehrer jetzt. Das ist der Lehrer, der in mir spricht, genau. Dort haben wir auch andere Erfahrungen gemacht mit Digitalisierung. Ich glaube schon, dass es Schub gibt. Und wir sind ja dran. Es dauert bei uns zu länger, weil es wahnsinnig kontrolliert muss sein, weil wir wahnsinnig genau im Arbeiten müssen. Es darf einfach kein Fehler passieren. Wenn uns Fehler passieren im Parlament, dann ist das nicht zu groß. Wir haben es gesehen, in Ostermundigen, wo es mal eine turbulente Sitzung gab. Das hat bis heute Nacht bei uns. Und dann müssen wir einfach wahnsinnig aufpassen. Demokratie, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist ja eigentlich das heiligste Gut, dass das funktioniert. Insofern kann ich das auch gut nachvollziehen. Ähm, reden wir noch schnell über E-Voting allgemein. Dort haben wir ja auch Probleme national, sage ich mal. Oder einfach, ist es schwierig, so etwas einzuführen. Du hast das Gefühl, dort muss halt mal jetzt nicht eine Gemeinde vorausgehen, sondern halt wirklich der Staat auf allerhöchsten Ebene sagen, wir haben jetzt ein E-Voting-System, das verhebt, das wirklich sicher ist. Und dann kann man erst nachziehen. Ich sage mal, wenn es auf der allerhöchsten Ebene implementiert ist. Ist das vielleicht der Weg? Es ist unbedingt der Weg. Also, ein Grund, warum ich die letzte E-ID bekämpft habe, ist, weil nicht der Staat am Drücker war. Und ich finde, genau in diesen Fällen, wenn man eine E-ID auch verwenden können für Abstimmungen, für Demokratie, dann muss sie vom Staat legitimiert, vom Staat zertifiziert werden. Und genau das Gleiche gilt für mich auch, wenn es darum geht, dass man irgendein E-Voting-System einführt, das es möglich macht, dass ich von zuhause, per Computer, per Handy, irgendeiner Form abstimmen kann. Dann muss das vom Staat kommen und es muss auf allen Ebenen das gleiche System sein. Es kann nur so funktionieren, weil wenn es ein System ist, in dem man Vertrauen hat, dann kommt das Vertrauen oben runter. und wenn das Vertrauen auf nationaler Ebene funktioniert, funktioniert es bis in die Gemeinde. Das Gleiche ist aber, wenn man einen Fehler findet in diesem System, dann kann man den überall gleichzeitig behalten. Wenn verschiedene Systeme zur Anwendung kommen, dann heisst es, wenn ein Fehler ist, kann ich ihn einmal behalten, aber ja immer noch Systeme, die Fehleranfällig sind. Darum ja. Und du hast das Gefühl, das passiert, oder weisst, kann man da auch, in den Gemeindeparlamente, wo es ja auch tausende gibt, in der Schweiz, eine gemeinsame Stimme finden, die sagt, wir wollen das. Oder muss das über Initiativen aus dem Volk kommen? Also ich glaube grundsätzlich, dass der Druck mittlerweile gross ist, dass das überhaupt etwas passiert. Aber man merkt auch, dass gerade oben im Nationalständerat oder auch bei den Parteien, insbesondere bei den Jungparteien, ein grosser Bremsschuh da ist. Man hat auch Angst vor dem digitalen Abstimmen. Aber ganz ehrlich, wenn das ganze Leben digitaler wird, wenn ich mir für weiss nicht was alles im Leben kann, eine App abladen kann und am Schluss ist noch eine Demokratie die einzige, wo ich es nicht kann, dann wird Demokratie im Verhältnis zu allem anderen, was auf dem Handy läuft, wahnsinnig langweilig. Und das heisst, wir müssen es irgendwann digital machen, wir müssen es zu uns holen wieder. Und zu uns holen heisst, nicht auf das Herz vor allem, sondern ein Handy holen, das ich dort trage, dass ich meine Demokratie hier passieren kann. Denn das ganze rundherum passiert ja schon hier. Also die meisten Politiker sind nicht nur auf Facebook, wenn sie älter sind, sondern haben vielleicht auch schon entdeckt, dass es noch Twitter gibt, es gibt so ein Snapchat, heute musst du TikTok haben und und und. Also Digitalisierung vor politischer Kommunikation ist längst passiert, nur die Umsetzung noch nicht. und das muss kommen. Ich bekomme die Abstimmungsbüchle auch digital, das ist für mich nur alt Papier, wie so vieles, muss man sagen. Also dort reden wir dann auch noch über Ökologie, wir können jetzt noch ewig weiter reden, das ist schon spannend. Aber eben, wenn es mich halt auch teucht, oder wenn man das mal irgendwann herbringt, die Partizipation wird auch steigen, das siehst du auch so. Oder wenn man schneller kann abstimmen sicher, und man nicht 700 Couvert auftunen und komisch wieder zusammenlegen und dann immer noch einen Briefkasten bringen und dann kostet es noch, wenn du es nicht direkt vorbeibringst, dann stimmen mehr Leute ab, was eigentlich das Ziel ist, oder nicht? Da hingegen bin ich mir dann nicht sicher. Als es um das Frauenstimmrecht ging, um die Einführung, hat man auch gesagt, Partizipation wird höher und so, und das hat eigentlich, ist das nicht wahnsinnig gestiegen seit der Einführung des Frauenstimmrechts. Das ist auf die ganze Gesellschaft. Ich verspreche mir hier eigentlich auch nicht, dass die Partizipation viel grösser wird. Ähm, die Jugendlichen, die können zwar mit Apps und so weiter wahnsinnig umgehen, aber die Informationsverarbeitung braucht es ja immer noch. Und wenn wir es nur schaffen, das zu drücken von Ja und Nein, Knöpfchen, ein Skill ist, den man lernt, dann haben wir nichts gewonnen, sondern wir müssen es auch schaffen, dass die Information, die wir bereitstellen, für sich damit auseinanderzusetzen, kann rausgenommen werden, gefiltert werden, verarbeitet und verstanden. Und nur wenn wir das schaffen, also wenn wir die Digitalisierung so schaffen, dass auch die Informationsverarbeitung funktioniert, bei den Leuten, die es zur Verfügung bekommen, dann schaffen wir eine höhere Partizipation. Sonst schaffen wir es entweder, dass einfach Leute mehr Ja und Nein drücken, das wäre für mich noch keine Partizipation, oder wir bleiben dort, wo wir sind. Das ist eher eine Prognose, aber wahrscheinlich wird es nicht weniger, und wenn wir es nicht digitalisieren, könnte es weniger werden. Das ist wie mit der Homepage bei Politikern. Wenn du eine hast, interessiert es niemanden, aber wenn du keine hast, hast du verloren. Das ist… Wir haben es nicht gewählt. Also, ich glaube, man merkt, es läuft einiges auf dem Stadtrat, es ist nicht immer so schnell, wie du es vielleicht willst, als zweithöchsten Berliner. Nächstes Jahr als Präsident wirst du sicher auch eine digitale Agenda haben, nehme ich an. Also ja, eines dieser Themen, wo wir jetzt wirklich dran sind, ist die Abstimmungsresultate zur Verfügung zu stellen der Abstimmungsresultate im Stadtrat. Dass ich als Bürgerinnen und Bürger schauen kann, die, die nicht gewählt haben, wie haben sie zu diesem Thema gestimmt, wie haben sie zu diesem Thema gestimmt. So eine demokratische Kontrolle. Das heißt, wenn du nicht in den Stadtrat kommst, zu schauen, wer Witz Pfötchen hat, nicht möglich. Oder sehr, sehr, sehr aufwendig. Das ist eines der Dinge, was wir von Antrieb und Zanger wollen, ist das digitale Büro für die Stadträtinnen und Stadträt. Wie gesagt, 4 Millionen Sparren im Jahr, wahnsinnig viel Papier sparen im Jahr. Das sind so die zwei Ziele. Aber eben, in einem jahrhöchsten Berner, das wird auch nicht längen. Das Glück ist, dass nach mir der Michael Höxtra kommt, GLP, und auch der ist sehr digital aufgestellt. Von daher haben wir eine gute Spannung, die wir arbeiten können. Also, gut zu gelingen. Und merci für den Besuch. Merci, dass ich hier sein darf. Bei uns geht es weiter mit Kultur. Das nächste Mal im mobilen Studio. Und zwar mit der Direktorin vom Zentrum Paul Klee und vom Kunstmuseum Bern. Bis dann.